Kinder und Widerstandsfähigkeit, das beste Tool gegen Mobbing. Viel Spaß beim Erziehungsguide Teil 4. Folge 4 des Erziehungsguides. Mein Name ist Daniel Dudek, du bist hier bei Starke Kinder, Starke Zukunft. Ja, wir sind immer noch in der sogenannten Lounge-Woche. Jeden Tag geht hier eine Folge online, in der es um ein Thema geht, was Kinder stärker macht. Um eine Fähigkeit, wenn man so möchte. Wir hatten bereits sicherer Hafen zu Hause als unbedingte Grundlage, Selbstbewusstsein ebenfalls als eine Grundlage, Selbstvertrauen dann, um weiter über uns hinaus zu wachsen. Ja, und heute geht es um Widerstandsfähigkeit oder, wie man auch sagen könnte, Resilienz. Resilienz, ich erzähle dir eine lustige Geschichte dazu. Ich habe eine Fortbildung gegeben damals, schon Ewigkeiten her, so zu Beginn meiner Trainerkarriere. 2008 habe ich mich ja selbstständig gemacht. Habe damals halt mich sehr auf die kommunikativen Ebenen eingeschossen. Also, ich war damals ganz, also vor meiner Zeit als Starke ohne Muckis-Trainer, Kampfkunst-Trainer. So, und ich hatte Schüler, Kinder und Jugendliche getrainiert. Zweimal die Woche kamen die zu mir in das Dojo sozusagen, in diesen Kampfkunstraum und wurden unterrichtet. Und die Schüler kamen immer wieder mit Fragen wie, Daniel, was machen wir denn, wenn wir nur geärgert werden? Was machen wir denn, wenn wir provoziert werden? Da können wir ja dieses ganze Kämpfen hier nicht benutzen. Und ich hatte zu der Zeit, um ehrlich zu sein, nicht so richtig viel Ahnung. Selber war ich ja ein Junge mit vielen Minderwertigkeitskomplexen. Dann irgendwann bin ich mit 15 leider so ein bisschen auf die schiefe Bahn abgerutscht. Mit 19 habe ich das Ganze dann zum Glück verlassen. Wurde dann einer der jüngsten Kampfkunst-Trainer. Ja, und stand auf einmal vor Kindern und Jugendlichen, wo ich ja eigentlich selber so mit 21 Jahren noch ein sehr junger Erwachsener war. Ja, und ich hatte keine Ahnung, wie ich denen die Fragen beantworten soll zum Thema provozieren. Und habe dann gemeinsam mit meinen damaligen Kampfkunstschülern eigentlich so Ideen entwickelt. Was könnte man denn dann machen? Und dann sind die in ihre Schulen, in ihre Sportvereine, oder eigentlich Sportvereine, in ihre Musikvereine oder wo auch immer, die sonst noch waren, gegangen. Und haben ausprobiert, was wir besprochen haben. Kamen eine Woche später wieder zu mir ins Training. Und haben dann berichtet, das hat funktioniert, das nicht. So entstand damals die erste Version von Starke Hunde Muckis eigentlich, ja, in der Praxis mit Kindern gemeinsam. Also ich habe das nicht irgendwo mal gelernt, sondern die Kinder und ich haben einfach gemeinsam überlegt, was könnte man denn machen. Und dann hat die Praxis immer entschieden, was geht und was nicht. So, ich war dann zeitgleich auch in meiner Erzieherausbildung, habe natürlich ganz viel mitgenommen. Erlebnispädagogik, Gewaltprävention, alle Fortbildungen, die ich so kriegen konnte. Aber zu der Zeit habe ich mich sehr auf die Ebene der Sprache besinnt. Also sehr auf dieses Thema kommunizieren, wie kannst du kommunikativ Dinge deeskalieren. Weil jetzt sitze ich in so einer Fortbildung, wo ich gebucht wurde. Und ein Teilnehmer dieser Gruppe, der redete immer von Resilienz, immer von Resilienz, Resilienz, Resilienz. Und ich hatte einen 1,2er Erzieherabschluss gemacht, also ein Fachabit mit 1,2. Aber in diesem Moment, das war glaube ich auch eine meiner ersten Fortbildungen, die ich für Teams gegeben habe, war ich so nervös, in Anführungsstrichen, oder so aufgeregt, dass ich den nicht verstanden habe. Ich denke, was für Resilienz, wovon redet der? Ja, als wenn dieses Wort aus meinem Gehirn gelöscht wäre, habe ich nicht mehr gewusst, was Resilienz ist. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Die Ausbildung war zu Ende und ich habe das so reflektiert. Ich denke, ach Resilienz, Widerstandsfähigkeit, natürlich. Aber das war eine Geschichte damals. Da habe ich mich da so durchgewurscht durch diese Fortbildung. Ich meine, damals war ich echt, wie gesagt, das muss so um 2008, 2009 gewesen sein. Da war ich natürlich noch ein etwas anderer Trainer als heute mit der Erfahrung, die ich jetzt habe. Aber ja, dieses Wort Resilienz ist mir deshalb einfach so im Kopf geblieben. Und ja, habe aber für mich trotzdem, obwohl es Resilienz ja für mich irgendwie auch ein Thema in der Ausbildung war und es allgemein ein wichtiges Thema im Leben ist, blieb ich lange Zeit auch mit meinen Stark-Horinemuckis-Trainings auf der Ebene der Handlung, also auf der Kommunikationsebene. Vor fünf Jahren änderte sich das. Mittlerweile ist Stark-Horinemuckis eigentlich fast schon mehr ein Resilienz, also ein Widerstandsfähigkeitstraining und gar nicht mehr so stark so ein Selbstbehauptungstraining. Denn ich glaube daran, viele Dinge im Leben werden teilweise sogar schlimmer, wenn man darüber diskutiert, weil man Energie reinsteckt. Ich glaube, gewisse Dinge im Leben, da sollte man lernen, dass wir wie so eine Art Schutzschild nicht alles an uns ranlassen. Und diese Widerstandsfähigkeit, von der ich spreche, die ist für unsere Kinder noch viel wichtiger als für uns. Erinnere dich an meine erste Folge. Ich saß in diesem oder stand in diesem Schwenkbus, wo ich immer Angst hatte, irgendwann wird da doch mal einer zerquetscht. Und dann fuhr ich nach Hause und da konnte ich mich aufladen, um am nächsten Tag wieder ein bisschen widerstandsfähiger zu sein in der Schule. Jetzt endet das heutzutage, wenn die Konflikte ja haben, ja aber nicht mehr nach der Busfahrt nach Hause, sondern durch die Smartphones geht das immer weiter. Wenn du in der Mobbing-Problematik bist, ja Prost-Mahlzeit, die endet ja nicht beim Nachhauseweg, sondern in den Smartphones, in den WhatsApp-Chats, in den Snapchat, bei Insta, bei Facebook geht es weiter. Und ich glaube, nur eine Sache kann unseren Kindern langfristig wirklich das Leben retten, wirklich so wie ich sage, das Leben retten. Und zwar, dass sie lernen, dass es sie nicht mehr juckt. Dass sie vollkommen widerstandsfähig werden, dass sie die Dinge, die von Menschen kommen, denen sie vertrauen, sie natürlich in ihr Herz lassen, sie aber auch die Fähigkeit haben zu erkennen, du findest mich scheiße. Okay, deine Meinung. Ende der Geschichte. Dass man eben halt nicht darüber diskutiert, ey, ich bin gar nicht doof und meine Schuhe sind hübsch und außerdem Blonde sind nicht blöd und Rothaarige sind auch nicht blöd und was auch immer ist nicht blöd, sondern dass man halt sagt, na gut, okay, deine Meinung. Aber interessiert mich halt nicht, weil ich wirklich in mir ruhe, weil ich mich wirklich mag, weil ich hab da diesen sicheren Hafen zu Hause, also da lieben mich Menschen und ich weiß, wer ich bin, weil ich stehe mit mir in Verbindung und ich hab schon voll viele coolere Erfahrungen gesammelt, ich hab schon in meiner Kindheit so viele tolle Dinge gemacht, weil ich durfte mich ausprobieren. Und ob du mich jetzt magst oder nicht, ob du mir bei Facebook einen Hate-Kommentar schreibst oder nicht, obwohl, ob du mir jetzt in der WhatsApp-Klassengruppe schreibst, dass ich ein Opfer bin, interessiert mich nicht. Und eben halt nicht nur sagen, es interessiert mich nicht, sondern wirklich zu lernen, dass es einen nicht interessiert. Ich glaube, das ist so wichtig für unsere Zukunft, dass Kinder lernen, dass das erstmal alles nur eine Meinung ist. Und viele Menschen, gerade eben halt in Zeiten von Social Media, da müssen sich unsere Kinder wirklich drauf gefasst machen oder müssen wir sie so ein bisschen drauf gefasst machen, hat jeder eine Meinung. Und sie ist häufig sehr unqualifiziert. Ich erlebe das ja am eigenen Leib. Ich poste zum Beispiel für unsere Ausbildung. Also wir machen ja diese Ausbildung, habe ich dir schon mal darüber erzählt, wo wir Trainer ausbilden. Und da gibt es natürlich auch Facebook-Anzeigen für. Also wir schicken täglich an tausende Menschen sozusagen über Facebook die Info, dass es diese Ausbildung gibt. Und dann kommentieren Menschen unter diesen Videos. Viele kommentieren sehr positiv und freuen sich. Und dann gibt es Menschen, die posten einfach darunter, dass das alles nicht fundiert ist, dass das alles Quatsch ist, dass das Abzocke ist und so weiter und so fort. Da posten Leute zum Beispiel darunter, jetzt letztens wieder, der Daniel, der das hier, also der hat geschrieben, hier, der Typ in dem Video, der hat doch gar keine Ahnung. Hat er wahrscheinlich mal einmal so eine Ausbildung besucht und jetzt nach einem halben Jahr selber Training, meint er hier, er wäre so der große Held und will andere ausbilden. Das ist nur Geldmacherei. Das heißt, der hat sich das Video noch nicht mal angeguckt. Ich muss da mittlerweile drüber lachen, weil es so lächerlich ist. Die haben sich das Video noch nicht mal angeguckt, in dem rauskommt, dass ich seit über elf Jahren selbstständig mit dem Thema bin, dass das Konzept aus der Praxis heraus entstanden ist. Aber das interessiert die gar nicht. Die wollen das ja gar nicht wissen, was die Wahrheit ist. Die wollen ja einfach nur ihre Meinung wieder verbreiten. Und diese Meinung ist aus ihrer Sicht ja richtig. Und wenn du denen dann schreibst, du hast das Video nicht geguckt, dann schicken die dir so verdrehte Augen, so frei nach dem Motto, sie wären ja eben recht. Und jetzt kannst du dich darüber aufregen und denken, oh Gott, ich höre mal lieber auf mit diesen Werbe-Videos, weil die hassen mich ja Menschen. Aber hey, das ist nur deren Meinung. Und sie ist noch nicht mal fundiert. Warum sollte ich das in mein Herz lassen? Da muss ich widerstandsfähig mit umgehen. Da kann ich doch nicht dran zusammenbrechen. Wenn mir jetzt jemand aus meiner Familie sagt, Daniel, jetzt füllst du große Hallen, du warst doch mal dieser nette Junge, der einfach nur in die Kitas gegangen ist, der doch einfach nur diese zehn Kinderkurse gemacht hat, jetzt machst du große Hallen. Für wen hältst du dich jetzt? Wenn das Leute aus meinem Freundeskreis zum Beispiel sagen, ja, kann ich das natürlich in mein Herz lassen. Ich kann aber auch sagen, hey, das ist deine Meinung. Die Teilnehmer der Veranstaltung schreiben mir in einer Tour, wie glücklich sie sind und wie sehr das was verändert hat. Was ich dir damit sagen will ist, Kinder werden es nie jemandem recht machen. Nie. Die können das gar nicht schaffen. Es ist übrigens auch gar nicht so wichtig, was Menschen über uns denken. Es ist wichtig, was wir über uns denken. Nicht alles, was Menschen über uns denken, ist richtig. Das heißt auch nicht alles, was Menschen über uns denken, ist wichtig. So, wir müssen einfach lernen, dass wir damit widerstandsfähig umgehen. So, wie können wir das schaffen? Und da ist an dieser Stelle tatsächlich vor allem wichtig, dass wir Vorbild sind. Das ist so entscheidend als Erzieher. Lehrer, ähm, als Eltern. Und das tun wir manchmal einfach nicht. Wir sind nicht immer wirklich widerstandsfähig. Wir diskutieren Dinge auch ständig aus. Unser Kind stresst uns einen Tag, wir drehen durch. Unser, ähm, wir kommen nach Hause und reden immer die Mitarbeiter, die uns so genervt haben. Das ist alles ein Zeichen für, ich bin nicht widerstandsfähig, das stresst mich alles. Ähm, und ich glaube, wenn Kinder lernen sollen, dass sie sich nicht von der Meinung anderer so sehr beeinflussen lassen, müssen wir ihnen helfen, zu erkennen, wie das geht. Wir müssen das vorleben. Wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit uns über irgendetwas aufregen, zeigen wir den Kindern der im Endeffekt gelebte Nicht-Resilienz. Des Weiteren ist es vor allem wichtig, auch so Sätze aus unserem Sprachgebrauch zu streichen, wie es ist wichtig, was andere über dich denken. Es ist, früher war das immer so, es ist wichtig, was die Nachbarn denken. Und, ähm, wenn ich natürlich mir immer die Frage stelle, wie denken die anderen über mich, dann trifft mich natürlich auch das, was andere sagen. Und bitte verstehe mich richtig, ich möchte nicht, dass Kinder kühl werden und nichts mehr an sich ranlassen. Ich sage den Kindern, das in den Trainings übrigens auch sehr deutlich, ich sage, natürlich solltest du gewissen Menschen zuhören. Wenn deine Eltern mit dir reden, lass das, auch wenn sie dich mal kritisieren. Das hat wahrscheinlich Hand und Fuß, also hör denen auch zu, wenn deine Lehrer dich in schulischen Themen korrigieren, mach nicht irgendwie ein Schutzschild an, sondern hör denen zu, die sind halt weiter als du. Aber wenn jetzt irgendjemand dahergelaufen ist auf dem Schulhof und meint, du bist der dürfste Schüler der Schule, ja, willst du jetzt noch mit dem diskutieren und das in dein Herz lassen? Für was? Was gibt das deinem Herz, außer eine dunkle Stelle? Bleib ruhig und entspannt. Such dir gewisse Menschen, denen du zuhören willst und denen gibst du das Recht, natürlich auch Kritik zu äußern. Aber ich würde mir doch nicht von jedem dahergelaufenen anhören, wer ich bin, was ich bin oder wie er mich findet. In einer Klasse sind 25 Kinder als Beispiel. Da werden dein, also wenn du jetzt ein Kind in der Klasse hast, kannst du davon ausgehen, rein statistisch wird dein Kind nicht von jedem geliebt. Da wird es Menschen geben in dieser Klasse, die finden dein Kind doof. Ja und jetzt? Ist doch egal. Hilf deinem Kind den Fokus darauf auszurichten, wer liebt ihn. Und das ist so der wichtigste Tipp an dieser Stelle. Wie kann ich widerstandsfähiger werden? Ich muss lernen, den Fokus auf die positiven Dinge zu richten. Während ich jetzt zum Beispiel eine Werbeanzeige laufen lasse, finden mich super viele Menschen total toll. Die mögen das, die sind sogar dankbar, dass sie diese Chance bekommen könnten, Trainer zu werden. Andere hassen mich dafür. Ja, auf was konzentriere ich mich jetzt? Auf die, die mich hassen, die irgendwie 10%? Oder auf die, die mich mögen? Ich mache eine Show, also ein Eltern-Kind-Event, wo wir Bühnen-Parts haben, Parts im Publikum und so weiter und so fort. Und wenn ich dann da auf der Bühne stehe, dann gibt es hinterher kein Kind, also das habe ich noch nie erlebt, dass ein Kind hinterher sagt, das war doof. Die finden es toll, die wollen Autogramme, die finden mich einfach super. Bei den Eltern ist das nicht so. Sagen wir mal, da sind jetzt 200 Eltern drin, dann finden mich 150 cool, fanden das super, 30 bin ich relativ egal, 20 finden, ich bin der schlimmste Mensch der Welt. Ja, worauf soll ich mich jetzt konzentrieren? Auf die 20, die mich hinterher doof finden? Oder auf die unzähligen Menschen, die es toll fanden? So, es ist einfach immer die Frage, worauf konzentrierst du dich? Worauf richtest du den Fokus? Und wenn du Kindern helfen möchtest, resilienter, also widerstandsfähiger zu werden, musst du ihnen vor allem helfen, den Fokus auf das Positive auszurichten. Und ja, wenn es dir gefallen hat und du das hier auch positiv findest, freue ich mich natürlich darüber, wenn du das Ganze hier teilst, lass uns starke Kinder, starke Zukunft einfach hier wirklich in die Top 10 der Charts bringen, dass wir gemeinsam hier viele Menschen erreichen, das wäre richtig, richtig cool. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, ich danke dir für deine Zeit und wenn du resilienter werden möchtest, helft Kindern das Positive zu sehen. Und ein letzter Quick Win für die, die wirklich bis zum Ende zuhören, du kannst das ganz einfach machen, indem du dein Kind jeden Morgen fragst, wofür bist du dankbar und jeden Abend fragst, wofür bist du heute dankbar gewesen, was war heute schön? Fokus aufs Positive. Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du weitere Videos sehen möchtest, dann werden hier irgendwo jetzt weitere Videos oder Playlists eingeblendet. Wenn du Interesse daran hast, Kinder wirklich dabei zu unterstützen, eine glückliche Kindheit zu haben, ohne Mobbing und üblen Stress, dann komm in unsere Ausbildung. Wir bilden dich vollumfänglich zu einem erfolgreichen Kinder- und Jugendcoach aus. Weitere Infos bekommst du auf www.starkauchohnemuckis.de. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Hier siehst du meine weiteren Social Media Kanäle. Guck gerne auf Facebook oder Instagram vorbei oder hör meinen Podcast. Ich danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video.